Und hallo an alle leidenschaftlichen FC Bayern München Fans. Ich bringe euch eine Neuigkeit, die den Transfermarkt unseres Teams in Bewegung bringen könnte. Es sieht so aus, als ob der FC Bayern München ein weiteres Ziel im Visier hat, um unseren Kader zu verstärken. Aber bevor wir weitermachen, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Bayern-Fans seid, abonniert den Kanal, gebt ein Like und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Neuigkeiten über unseren geliebten bayerischen Verein verpasst. Also, laut dem Mail ist Juventus bereit, den polnischen Torhüter Wojciech Szczesny zu verkaufen und der FC Bayern München ist an seiner Verpflichtung interessiert. Szczesny soll zur Nummer 1 der Bundesliga-Mannschaft geworden sein, um Jan Sommer zu ersetzen, der sich der Inter Mailand nähert. Und falls Sommer geht, wird der FC Bayern jemanden brauchen, der unseren großen Torhüter Manuel Neuer ersetzen kann, der sich noch von einer Beinverletzung erholt, die während eines Skiurlaubs nach der Weltmeisterschaft auftrat. Laut dem Sportdirektor von Juventus, Cristiano Giuntoli, steht der Verkauf des polnischen Torhüters kurz vor dem Abschluss. Aber natürlich ist alles noch Spekulation und Transfers können überraschend sein. Wir werden aufmerksam bleiben, um euch alle Updates zu diesem möglichen Transfer zu bringen. Also, bleibt dran an diesem Bayern München News-Kanal, denn wir werden dieses Thema weiterhin genau verfolgen und euch, den treuen Bayern-Fans, alle Informationen dazu liefern. Kommentiert unten, wie ihr diese mögliche Verpflichtung von Szczesny findet. Wäre es eine gute Wahl für unser Team? Lasst uns darüber diskutieren. Danke Leute, bis zum nächsten Mal und Mia san Mia. Danke, bis zum nächsten Mal.